Teufel sind es, Dämonen ist in alten Sagen, und wir haben geklacht. Sie sind nicht allmächtig, sonst würden sie sich nicht verstecken. Nicht allmächtig. Bist du völlig irr im Schädel, Preuß? Bei den Viechern, da mucksen Tiger und Löwen. Du wüsstest nicht sehen, aber die Schlacht verlieren wir. Veit, die wollen was von uns. Das ist der einzige wirkliche Vorteil, den wir haben. Dämonen ist in der Nähe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020